Die oberösterreichische Industrie. Wir erzeugen Zukunft. Sie geht bis ins Jahr 1920 zurück. Die Geschichte der Motorenmarke Rotax. Gegründet in Dresden, übersiedelte das Unternehmen 1947 nach Österreich an den heutigen Standort Gunskirchen, wo bis heute die Herzstücke der BAP-Fahrzeuge konstruiert und gebaut werden. In Gunskirchen stellen wir hier bei BAP Powertrain alle Antriebe, also sprich die Motoren und die Getriebe für unsere BAP-Produkte und auch für das, was wir an andere Kunden liefern her. Und nicht nur die Herstellung ist hier am Standort, sondern wir haben auch die gesamte Forschung und die Entwicklung, Einkauf und alles, was dazu gehört, hier am Standort Gunskirchen konzentriert. Das eigentliche Asset dieses Standortes sind die Mitarbeiter. Wir haben hier eine Riesenerfahrung am Standort mit den Mitarbeitern über viele Jahrzehnte hinweg. Und das ist was, das finden sie in dieser Form an einem anderen Standort nicht so einfach. Um die besten Mitarbeiter steht man jedoch mit anderen Motoren- und Fahrzeugherstellern im Wettbewerb. Wir mögen den Wettbewerb, wir stellen Produkte für den Wettbewerb her und dementsprechend stellen wir uns auch dem Wettbewerb, den es in dieser Region absolut gibt, um die besten Köpfe. Wir haben eine sehr hohe Zufriedenheit bei unseren Mitarbeitern, die wir regelmäßig abchecken. Es ist darüber hinaus die Arbeitsatmosphäre, die Art und Weise, wie wir arbeiten, die Unkompliziertheit und die flachen Hierarchien, die wir haben. Das sind Dinge, die für junge Menschen, denke ich, sehr interessant sind. Und diesen Mitarbeiter braucht man auch. Denn umweltfreundliche Motoren sind auch im Freizeitbereich immer gefragter. Das ist ein Thema, was wir intensiv verfolgen. Aufgeladene Motoren, kleinere Hubräume. Das Thema Power to Weight ist für uns sehr, sehr wichtig. Das heißt, das Leistungsgewicht der Motoren, dort sind wir ständig die Gramms am Suchen, um entsprechend noch leichter zu werden mit unseren Antrieben. Also wir glauben, dass in den konventionellen Antriebssystemen noch so viel Potenzial steckt im Power-Sport-Bereich, dass wir dort viel tun können. Ein Gefühl für den Markt scheint man zu haben. Nicht ohne Grund wurden in den letzten 50 Jahren sieben Millionen Motoren in Gunzkirchen gebaut. Die oberösterreichische Industrie sorgt für mehr als 50 Prozent der Beschäftigten und für zwei Drittel der Wertschöpfung in Oberösterreich. Die oberösterreichische Industrie. Wir erzeugen Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.